Ramadai Ja, jetzt ist ein Thema, also das von gestern, das konnte man noch gut nachvollziehen, denke ich, aber mein Thema ist etwas heftiger und es gibt sicherlich viele Leute, die Schwierigkeiten damit haben, ich gehe davon aus, die hier sind nicht unbedingt, aber ich rede auch nicht überall darüber, ich rede dort, wo ich eingeladen bin, dazu. Das war auch, also das Thema Innerette war für mich ursprünglich nie ein Thema, ich war aber mit einem Mann verheiratet, der ist inzwischen gestorben, der war Mitglied eines Ordens, der Orden nannte sich Molas, war ein geheimer Orden, das ist die Abkürzung für mystische Orden hermetischer Lehren Artons, das war ein, die sahen sich nicht als Machtorden, sondern als Bewahrerorden, das heißt, dort wurde Wissen von Generation zu Generation weitergegeben, aber die Bedingung war, dass man sich zu Geheimhaltung verpflichtet und nach außen hin nicht darüber sprach. Alf hat dann damals gesagt, Alf war eigentlich kein Ordensmensch, aber so diese Möglichkeit, an altes Wissen ranzukommen, hat ihn natürlich total gereizt, aber er hat gesagt, wenn ich mit meiner Frau dann nicht darüber reden darf, dann gehe ich gleich wieder. Und dann hat man gesagt, nein, in dem Falle machen sie dann schon eine Ausnahme, aber ich durfte dann auch nicht offiziell darüber sprechen. Wir haben später erfahren, dass Alf nicht umsonst in den Orden reingekommen ist, dass das einen Grund hatte, man hat, irgendwie hat man ihn vorher schon beobachtet, die ganze Zeit, weil man ahnte, dass Alf derjenige sein wird, der den Orden auflöst und das hat er auch getan. Also zumindest hat er die Anregung für die Auflösung gegeben, ohne dass, dass die Ordensoberen mitgemacht hätten, hätte er da gar nichts machen können. Aber es war eine beschlossene Sache, dass der Orden aufgelöst werden soll, weil man davon ausging, die Zeit ist reif, dass das Wissen unter die Menschen kommt. Und auch alles das, was ich jetzt sage, und die Bücher hätten gar nicht geschrieben werden können, wenn diese Orden nicht aufgelöst worden wären. Wir haben damals natürlich über all diese Ordensinhalte gesprochen, aber Alf war halt ein Mensch, der interessierte sich in erster Linie für Geschichte, für die Geschichte der Menschheit, und er war Bibelforscher gleichzeitig. Er war für ganz viele Dinge offen, wo er sich überhaupt nicht für interessierte, was dann später vielleicht so für meine Fragen, die ich heute bei meinen Vorträgen oft bekomme, schwierig ist. Ja, wissenschaftliche Dinge, das interessierte ihn eigentlich weniger. Hat er sich auch für interessiert, aber nicht so intensiv. Alf war dann mal krank, der hatte einen Hautkrebs, hat dann gegen meinen Rat sich zu einem Arzt gegangen, hat eine Chemotherapie machen lassen, hat es einmal gemacht und hat gemerkt, die bringt ihn fast um. Hat es dann auch das Ganze wieder sein lassen, aber ihm ging es ganz, ganz schlecht. Und dann hat ihm ein Ordensbruder gesagt, geh doch mal nach Garmisch, da ist eine Hütte, da kenne ich die Hüttenwirtin. Und Bedingung, du kannst deine Woche kostenlos leben und Bedingung ist, du läufst den Berg hoch und fährst nicht mit dem Lift hoch. Und Alf hat das getan und auf dem Weg nach oben begegnete ihm ein Franziskanermönch und der war weitaus älter als er, der war weit über 80 und der stapfte so munter an ihm vorbei und Alf, der pfiff aus allen Löchern und kam kaum hoch. Und es hat dann sich zwischen diesem Franziskanermönch so ein Geplänkel ergeben mit ihm. Und der ging natürlich zufällig auf die gleiche Hütte, später vor Alf, das war kein Zufall, das war ein bewusst arrangiertes Treffen. Dieser Franziskanermönch wurde dann für die nächsten zehn Monate für den Alf sowas wie so ein Mentor. Der hat mit ihm über alle möglichen Dinge gesprochen, unter anderem aber auch das Thema Innererde so bei ihm angebracht. Und ja, das Alf war natürlich interessiert, aber das war jetzt nicht so das Thema, was ihn so an erster Stelle interessiert hätte. Dieser Vater Peter, dieser Franziskanermönch, ist dann gestorben und auf seiner Totenfeier, die der Orden für ihn gemacht hat, sie haben den Menschen gefeiert. Und auf dieser Feier lernte Alf ein Pärchen kennen oder ihm fiel ein Pärchen auf, die irgendwie, er sagt, die waren anders, man merkte einfach, die waren anders. Und er fragte dann, wer das sei, und man sagte ihm, ja, das sind Außerirdische, die kommen vom Planeten Achille und sind in Innererde zu Gast. Und Alf hat da ziemlich lapidar darauf reagiert mit den Worten, ja, und ich bin der Kaiser von China. Also der hat das eigentlich nicht so wirklich geglaubt zuerst, aber dann sagte man ihm, wenn du willst, kannst du die kennenlernen. Und natürlich wollte er, und er lernte die kennen, und es hat sich dann später herausgestellt, dass das richtig ist. Ich kann natürlich jetzt auch nur das wiedergeben, was Alf mir über zehn Jahre lang erzählt hat. Oder Alf war ein Tagebuchschreiber und er hat jedes Gespräch, das er geführt hat, auch innerhalb seines Ordens und später auch mit in der Erde und all diese Dinge in seinen Tagebüchern niedergeschrieben. Und daraus resultieren eigentlich jetzt diese Bücher. Das sind wirklich seine Tagebuchaufzeichnungen. Ich werde ganz oft gefragt nach Beweisen. Letztendlich habe ich keine Beweise, es ist mir auch egal, mir muss man nicht glauben. Man kann es als eine Geschichte nehmen, aber was mich halt immer wieder verblüfft hat, waren die Inhalte. Und die Inhalte waren es eigentlich, worauf es mir ankam. Wenn Alf nach Hause kam, dann hat er als erstes sein Tagebuch ausgepackt. Und ich habe mich wirklich begierig darüber hergemacht, um zu lesen, was steht da jetzt wieder alles drin. Und ich habe in diesen zehn Jahren, wo der Alf die Kontakte hatte, nicht nur ich, Alf auch, natürlich. Wir beide haben unendlich viel gelernt. Ich habe immer wieder Fragen gestellt oder ihm Fragen mitgegeben. Im Anfang kam dann so zurück, wenn ich eine Frage gestellt habe, die Frage beinhaltet die Antwort. Also wenn ich die Frage stelle, weiß ich die Antwort. Ich bekam die Antwort so nicht. Ich habe dann zu einem anderen Weg gegriffen. Ich habe dann auf meine Zettel geschrieben, ich sehe das und das so und so. Ist das richtig? Und dann bekam ich die Antwort, weil ich die selber letztendlich gegeben habe. Also man wollte, dass wir selber überlegen und selber auf die Lösungen kommen, immer. Alles, was hier beschrieben ist in den Büchern, waren die Dinge, die beruhten alles auf den Gesprächen, die Alf und ich führten. Alf und ich hatten die Angewohnheit, jeden Tag ein bis zwei Stunden spazieren zu gehen. Und unsere Spaziergänge sahen so aus, dass wir oft gar nicht mitgekriegt haben, wo wir lang gelaufen sind. Wir kamen plötzlich zu Hause an und merken, oh, wir sind zu Hause. Also wir mussten dann überlegen, wo sind wir überhaupt lang gelaufen. Weil unser ganz, wir waren in einer anderen Welt in dem Augenblick, wenn wir unsere Gespräche führten. Und diese Inhalte aus den Gesprächen, die hat er dann immer wieder mit in der Erde vertieft. Ja, wie ist er da überhaupt hingekommen? Im Buch 1 steht, ist eine Einfahrt beschrieben, da ist er mal über einen Aufzug etwas, da war eine Hütte auch in den Allgäuer Bergen, da war ein Aufzug drunter, da ist er etwas tiefer und dann kam er an so eine Röhrenbahn an. Und mit dieser Röhrenbahn ist er in ein großes Hüllensystem gefahren, aber das war noch nicht in der Erde. Richtig eingefahren ist er auf einem ganz anderen Weg. Seine Hauptgesprächspartner in der Erde waren nicht die innerirdischen selber, sondern waren Außerirdische, die dort leben. Und die sind auch schon mal mit ihm nach oben gekommen. Und Ulyr, das war der Mann von dem Pärchen, von dem ich anfangs berichtete, der sagte, der bat Alf dann mal, ihm sein Handy zu geben und dann hat der irgendwas an dem Handy gemacht, ich weiß nicht was. Auf jeden Fall bekam dann Alf eine Nummer, eine vierstellige Nummer, die konnte er eintippen, die könnte ich hier weitergeben, die würde nichts nützen, weil da war das Handy registriert. Also die funktioniert nur in Verbindung mit diesem Handy und das Handy existiert schon jetzt nicht mehr. Und der rief dann die Nummer an, legte auf und dann riefen die zurück bei uns. Und dann sagte Alf, ich möchte gern einfahren oder er wurde gefragt, wir haben was für dich, möchtest du einfahren? Und auch die Möglichkeit gab es und wenn Alf dann Ja sagte, dann hieß es, komm um die und die Uhrzeit an die und die Stelle. Das war irgendeine Stelle mitten in der Natur. Das war, also ich bin an eine der Stellen, wo er ganz oft eingefahren ist, anschließend mit Leuten hingegangen. Und man kriegt da gar nichts mit, man merkt nichts. Aber Alf sagte, er sagte, und ich selber habe es einmal beobachtet, wenn er dort hinging, dann befand er sich plötzlich in so einer Art Blase. Und das war sein Aufzug nach Innererde. Was das Ganze, wie das Ganze funktioniert hat, weiß ich nicht. Ich denke, es war eine Art Teleportation. Und da Alf das nicht selber konnte, haben die ihm dann dieses Hilfsmittel geschickt. Und diese Blase öffnete sich für Alf und wenn ein anderer gekommen wäre, wäre die gar nicht aufgegangen. Dann wäre der so da vorbeigegangen oder da durchgegangen. Ich habe einmal, weil ich natürlich auch neugierig war, natürlich mit Erlaubnis von Alf, bin ich mal hinterher und habe geguckt, was passiert da. Und er war einfach nur plötzlich verschwunden. Mehr habe ich nicht mitgekriegt davon. Ja, Alf sagt, das war, wie lange das gedauert hat, das waren, also er hat empfunden Sekunden. Ja, also das, er konnte das gar nicht, nicht wirklich sagen, was da passiert ist. Er war einfach nur plötzlich an der anderen Stelle, er stieg dann aus und er war in einer anderen Welt. Und andere Welt bedeutet nicht, dass es völlig anders aussieht als hier. Es gibt dort genauso Natur wie hier. Es gibt Tiere, Pflanzen. Was dort fehlt, sind Strommasten, sind Fabriken, sind all diese Dinge. Und Alf sagt, wenn man dort an einem See ist, ist es tatsächlich so, dass plötzlich ein Schiff auftaucht und nicht wie bei uns, er so langsam auftaucht. Aber man kann auch nicht auf die andere Seite gucken, das lässt der Dunst nicht zu, der dazwischen ist. Es gibt eine innerirdische Sonne, ich glaube, da kann die Gabi viel mehr darüber sagen, wie die funktioniert. Wir haben uns nämlich so kennengelernt, dass die Gabi zu mir sagte, ich kann dir erklären, wie die funktioniert. Das fand ich super toll. Ja, Inner-Erde hat einfach nur mal zum Alf gesagt, als er gefragt hat, die haben ihm das gar nicht so genau erklärt. Ja, es ist eine Plasma-Sonne, da ist Kaltfusion, geschieht dort. Aber mehr haben die dazu auch nicht gesagt. Deswegen fand ich deine Erklärung viel, viel schlüssiger. Kann die Gabi denn im Anschluss noch was dazu sagen? Das wird nachmittags, ja. Okay, ja, also es existiert tatsächlich im Inneren der Erde eine Sonne. Um diese Sonne herum ist ein Vakuumgürtel, das hat man ihm erklärt, und darum ist Atmosphäre. Und die Pole sind offen, Nord- und Südpol sind offen, und es findet auch eine Interaktion zwischen der innerirdischen Sonne und unserer großen äußeren Sonne statt. Also es ist alles mit allem letztendlich über Wirbel wahrscheinlich verbunden, ja. Und, ja, also ich werde ganz oft gefragt, hast du Beweise? Nein, natürlich nicht, weil, warum hat Alf kein Foto gemacht? Ja, das ist oft die erste Frage. Weil man ihm gesagt hat, du kannst zwar ein Fotoapparat oder dein Handy mitnehmen, aber das übersteht den Transport nicht. Ja, das geht kaputt. Die Elektronik packt das nicht. Also fotografieren war gar nicht möglich, aber er sagt, es hätte nicht mal etwas genützt. Weil es sieht hier aus wie hier in einer schönen, landschaftlichen Umgebung, die wir hier oben auch haben. Und, ja, was hätte er für Beweise mitbringen sollen? Ja, also, er stand ständig so unter diesem Druck, Beweise vorzulegen, weil er wollte natürlich das beweisen, dass er dort war, konnte es nicht. Und ich glaube, dass das bei ihm dieser starke Wunsch war, das zu beweisen, hat mit zu ganz vielen Problemen geführt, die wir bekamen, weil er hat die Regel recht angezogen dadurch, habe ich das Gefühl. Alf wurde dann als Lügner und Betrüger beschimpft. Also es kam ein riesen, heute sagt man Shitstorm dazu, auf uns zu. Und es war eine sehr heftige Zeit. Ich persönlich, mir persönlich hat das nichts ausgemacht, aber Alf war, ich bin da irgendwie gelassener, cooler. Also, ich lasse sowas nicht an mich ran, aber Alf hat diese Dinge an sich herangelassen. Und das hat ihn auch immer wieder krank gemacht. Weil Alf ist ein wirklicher Herz, also so ein Mensch gewesen, der ein ganz weit offenes Herz hat und den das wie Pfeile ins Herz getroffen hat, jedes Mal, jedes Mal wieder und er wurde immer wieder krank. Er fuhr ganz oft ein und sagte, ich möchte mal wieder in die Röhre, das geht auch aus den Büchern hervor, die Röhre war irgendein Gerät, wo er dann reingeschoben wurde und dort wurden die Energien wieder ausgerichtet. Damit hat man ihm natürlich kurzfristig geholfen, nur wenn der nächste Schlag dann oben wieder kommt, ist das Ganze für die Katz. Ich werde oft gefragt, warum ist er so früh gestorben? Alf hatte ein Jahr vor seinem Tod, ist ein Aneurysma in seinem Bauchraum geplatzt, das heißt die Bauchschlagader ist geplatzt. Man hat ihn mit einer Notoperation wieder ins Leben zurückgeholt, und ich sehe heute so, dass es besser gewesen wäre, er wäre damals schon gestorben, weil es folgten danach nur noch Leid, weil wer Dr. Hamer kennt, weiß, dass Todesangstkonflikt auch Lungenkrebs dann, wenn man das löst, hervorruft. Und wenn das kein Todesangstkonflikt ist, wenn die Bauchschlagader platzt, ja, dann weiß ich es nicht. Auf jeden Fall bekam er dann Lungenkrebs, und er hat dann irgendwann gesagt, er mag nicht mehr, und hat aufgehört zu essen und zu trinken und seine Medikamente zu nehmen. Er ist bewusst gestorben dann. Für mich war das eine große Katastrophe, aber was konnte ich machen, ich musste es einfach so hinnehmen. Ja, soweit die Geschichte. Aber jetzt komme ich mal zu den Inhalten, also die Fragen sicher, warum ist das überhaupt zu? Warum wissen wir davon nichts? Und das hat seinen Grund. Auf unserer Erde leben eigentlich zwei Spezies. Wir denken, der Homo sapiens ist die einzige Spezies, die hier auf diesem Planeten lebt. Das ist nicht richtig. Von der zweiten Spezies haben unsere Wissenschaftler Überreste gefunden. Sie sagen dazu, das sind die Neandertaler. Und man sagt, die sind ausgestorben. Das sind sie aber nicht. Es ist zu der damaligen Zeit, als der Homo sapiens und der Neandertaler friedlich noch nebeneinander lebten, waren die Menschen noch Schöpfer. Die waren wirklich mit Gott verbunden. Und sie waren noch nicht in dieser Höhle drin. In der Schattenhöhle, ja genau. In dieser Schattenwelt. Und es ist dann was passiert, es kamen Außerirdische hier an. Und diese Außerirdischen hatten, ja das sind Raumnomaden, würde ich die bezeichnen. Die wollten unseren Planeten ausbeuten und wollten uns dazu als Arbeitskräfte nutzen. Und wenn ich als Raumnummer da auf so einen Planeten komme, um genau das zu tun, dann schaue ich mir an, wer lebt da. Und die haben natürlich beide Spezies beobachtet. Die haben gemerkt, der Homo sapiens ist offen für ganz vieles, geht ganz schnell auf Dinge zu, packt auch schnell was an, ist unglaublich wissbegierig. Und der Repto ist anders. Also diese innerirdischen Nachfolger der Neandertaler sagen, sie sind Reptos, weil sie haben zwei Reptogene mehr als wir. Wir haben auch Reptogene, aber die haben eben zwei Reptogene mehr. Sie sehen gar nicht so viel anders aus als wir. Sie sind etwas breiter, gedrungener und haben so eine fliehende, nach hinten gebogene Stirn. So hat es mir Alf erklärt. Und er sagte, die Bilder von uns, von den Neandertalern sind gar nicht schlecht. Die sind relativ gut. Die sind aber anders in ihrer Art. Die sind bedächtiger, ruhiger, die ruhen mehr in sich. Die überlegen erstmal zehnmal, ob sie irgendwas tun, weil das kostet Energie. Und wenn sich das lohnt, dann tun sie. Und es ist vollkommen klar, wer sich leichter für Sklaven liest, das waren wir. Und man hat dann dem Homo sapiens eingeredet, dass die Reptos böse sind, oder offen sind für das Böse, dass sie vom Bösen sehr schnell erfasst werden, dass das böse Einfluss auf sie hat. Und man hat wirklich beide Spezies. Das ist das Spiel, was diese Herrschenden seit Ewigkeiten machen. Einfach zwei verschiedene, bei uns sind es, hier oben sind es jetzt nicht Spezies, das sind zwei verschiedene Völker, die man aufeinander hetzt. Und da waren es eben die zwei verschiedenen Spezies. Man hat uns aufeinander gehetzt und wir haben uns setzen lassen. Und diese Kriege sind im Mahabharata beschrieben als die Buddha-Kriege, wo Ayuna gegen seine Brüder kämpft. Und ich sagte aber einfach, also wir hätten eigentlich gegen die Reptos keine große Chance gehabt. Die sind nämlich uns kräftemäßig überlegen. Aber wir sind eben auch Träger, die wollten gar nicht wirklich kämpfen. Und die haben dann irgendwann gesagt, wir teilen uns das auf, wir gehen nach innen und ihr bleibt oben. Und es sind einige Homo sapiens mit nach innen gegangen und dann haben die sich dort abgeschottet. Und dann von da ab hieß es, der Teufel wohnt unten, ja, unterhalb der Erde. Und wir halt hier oben. Und wir sollen uns bloß aufpassen, dass wir nichts mit dem Teufel zu tun haben, der ja unten lebt. Und Alf sagte ganz oft, wenn er von unten nach oben wieder kam. Für mich ist das der Himmel. Ja, und hier oben ist die Hölle. Ja. Ich habe, es gibt bestimmte Gegenden auf der Erde, wo diese Reptos auch noch bekannt sind, wo man die kennt als die Nagas. Ich habe das mal in einem Interview mit dem Michael Vogt erzählt. Und kurz darauf bekam ich Besuch von einem Schweizer. Der erzählte mir, dass er das Interview gesehen hat und er sagte, ich habe die Nagas gesehen. Ich habe dann, natürlich wurde ich hell, aber ich freue mich immer, wenn ich solche Rückmeldungen bekomme. Und ich fragte ihn, wo und wie. Und er sagte, er war in Indien unterwegs. Und mit dem Rucksack in einer ziemlich einsamen Gegend. Er hat dort in der Sonne gesessen und dann standen plötzlich sechs nackte Menschen um ihn rum. Und er hat gedacht, oh, das sind ganz primitive. Weil die, also wenn wir so diese fliehende Stirn sehen, alles das, das löst bei uns sowieso sowas aus, das ist primitiv. Er hat dann aber festgestellt, dass die überhaupt nicht primitiv sind, weil die eine ganz starke Energie hatten. Dann ist auch eine Frau noch auf den Zugang, also die Begrüßung in der Erde ist nämlich so, dass man die Hand aufs Herz legt. Und das hat eine Frau bei ihm gemacht. Und er hat gesagt, die Energie war so stark, dass er fast umgekippt ist dabei. Die waren, aber er hat dann versucht, mit denen zu reden, war nicht möglich, weil er die nicht verstand. Und er hat dann im nächsten Dorf gefragt, hat die Geschichte erzählt und hat dann gefragt, wer das war. Und dann haben die gesagt, oh, das sind die Nagas. Also es gibt bestimmte Gegenden auf der Erde, wo die auch rauskommen, weil die lieben eigentlich unsere oberirdische Sonne, weil die viel intensiver ist als die innerirdische. Und die kommen gerne mal raus, aber eben nur in Gegenden, wo man sie kennt und wo man sie nicht jagt. Wenn die hier bei uns hier auftreten würden, würden sie wahrscheinlich gejagt, gehe ich mal von aus. Ja, Alf hatte sich auch mit Stasa, einem der innerirdischen Reptos, befreundet und hat ganz viel über deren Kultur kennengelernt, hat aber auch gesehen, dass der Unterschied nicht sehr groß ist zwischen der Kultur der Homo Sapiens, die dort leben, die Menschen. Also wer wissen will, wie die leben, dem empfehle ich, die Anastasia-Bücher zu lesen. Da ist das sehr schön beschrieben. Die Menschen leben in der Natur und mit der Natur. Die ernähren sich von dem Land, wo sie leben. Und die Menschen sind wirklich frei. Ich habe, Alf hat mal in der Erde verschiedene Leute einfach gefragt, was macht ihr beruflich. Und dann kamen, dann zählten die alles mögliche auf. Weiß ich, ich spiele Geige, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Also alles das, was sie halt gerne machen oder was sie als ihre Berufung sehen. Für sie ist nämlich Beruf wirklich Berufung. und dann hat er gefragt, was macht ihr in eurer Freizeit. Da haben die ihn ganz verständnislos angeguckt und gelacht und haben gesagt, wir sind doch frei. Also die kennen nicht den Unterschied zwischen arbeiten gehen und Freizeit leben. Die leben. Sie leben, ihr Leben und machen das, was sie gerne machen. Es gibt kein Geld. Alph wurde gesagt, Geld in jeder Form, jedes Tauschmittel, schon alleine der Gedanke an ein Tauschmittel hat zugrunde, dass wir einen Mangel in uns fühlen. Weil wir das Gefühl haben, einer macht mehr als ich, könnte mehr machen als ich und ich muss also die Stunden aufrechnen oder also oder das eben durch Geld ausgleichen. und es ist aber so, wenn ich nur Dinge mache, die ich gerne mache, die ich von Herzen mache, dann ist mir das völlig egal, wie viel ich da arbeite. Dann mache ich das einfach. Ich merke das jetzt, wenn ich die Bücher schreibe, ich mache das mit so einer großen Freude, dass ich da manchmal gar nicht mitkriege, wie viele Stunden ich da dran sitze. Es ist mir auch egal. Ja, und es geht mir bei vielen Dingen so. Also, ich habe im Laufe der vielen Jahre gelernt, nur noch das zu tun, was mir Freude macht, abgesehen von meinem Wohnen putzen. Ja? Konnten die denn materialisieren? Also, ähm, sie sagen, ja, materialisieren, damit meint man, ich... Apfel, die Natur macht's doch, warum sollen sie das machen? Es gibt aber andere Dinge. Nein, ähm, also sie, theoretisch wäre das möglich, aber sie sagen, es hat ja ganz viel mit unserer Energetik zu tun. Also, wenn ich zum Beispiel, äh, jetzt, äh, ich möchte ein neues Kleid, ja, wenn ich dann hingehe zu jemandem, der mit Begeisterung webt und sage, ich wünsche mir so, ich könnte mir vorstellen, so einen Stoff, die, in den und den Farben, aus dem, dem Material, wenn du mal Lust und Zeit hast, dann würde ich mich freuen, wenn du mir so einen Stoff webst. Da steckt Energie drin, vom Menschen, ja, und wenn dann man mit dem Stoff hingeht, zu jemandem, der das schneidert, steckt wieder eine tolle Energie drin, von dem Menschen, der das mit Liebe gemacht hat. Das hat eine ganz andere Energie, als wenn ich sagen würde, ich materialisiere das. Also, sie sagen, Materie ist schon auch da, das wir tun. Und, ähm, es, ähm, also sie, also Alf hat mir erzählt, dass die auch, äh, er ist mal unten gewesen, da war gerade kurz vor Herrn Sturm und da hatte das halbe Dorf da bei einem Haus, die Männer sehen, wie die auf dem Dach am Hämmern waren, weil ein Dach abgedeckt worden war. Also das machen die ohne Probleme, da freuen, das ist, ist nicht dieses, dieses ich muss, ja, sondern, äh, es macht ja auch Spaß, gemeinsam zusammen was zu machen. Ähm, ich will da jetzt auch ein Beispiel noch, noch, noch bringen, äh, wie man das, wie man überhaupt so Dinge angeht, die gemacht werden, wo wir sagen, das muss gemacht werden. Also ich werde ganz oft gefragt, gibt es Regierungen in der Erde? Nein, gibt es nicht. Die braucht man nicht. Es gibt, ähm, sowas wie, ähm, Räte. Also jedes Dorf hat einen Rat. Ja, das sind aber, die Leute hier drin sind, werden da weder reingewählt, die gehen da rein, weil sie das, weil sie gut organisieren können. Das ist alles. Das ist die einzige Aufgabe von dem Rat, ist bestimmte Dinge einfach mal zu organisieren. Und, ähm, es gibt Menschen, die gerne organisieren, ich denke, da gehörst du auch zu. Und die gehen dann in so ein Rat und machen dann, ähm, einfach, weil sie es gerne machen, weil sie es mit Lust und Liebe machen. Ja, und die überlegen dann zum Beispiel, es wird in, 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 in der Erde sehr viel geritten und dann müssen hin und wieder auch mal die, äh, Reitwege aufgekiesst werden, weil wer viel reitet, weiß, dass die da sehr leiden. und dann, dann, dann machen die einen Aushang am Dorfgemeinschaftshaus und sagen so, dass der, die Reitwege müssen gekiesst werden und alle, die reiten, werden sich daran beteiligen, weil sie selber Interesse haben, dass das so passiert. Und, das passiert dann folgendermaßen. Ähm, sie haben, dort, Antigravitationsfahrzeuge. Also, ähm, auf Technik komme ich gleich nochmal zu sprechen. Eigentlich lehnen sie Technik ab. Ja, weil Technik uns, von unseren Fähigkeiten wegrennt. Aber bestimmte, bestimmte Dinge lassen sie zu. Also in dem Fall, diese, diese Antigravitationsfahrzeuge, weil sie nicht selber dann diese, dieses, diesen Kies transportieren müssen. Das sind, die werden gemacht, ähm, aus Sand. Ähm, der Sand wird geschmolzen. Und dann gibt man dort eine bestimmte, eine bestimmte, ähm, Schwingung drauf, sodass die beim Erkalten wabenförmig werden. Also, das ist mit Gedankenkraft eigentlich, oder? Nee, nicht, dass das, man kann, das ist, ich weiß nicht, ob bin ich jetzt sogar überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es wird eine bestimmte Schwingung drauf gegeben, dass das beim Erkalten wabenförmig erkaltet. Dass, also diesen Sand dafür zu bringen, nicht so kristallin, zu erkalten Wiedau, sondern wabenförmig. Und, ähm, die, ähm, und, diese, diese, dieses Wabenförmige hat Antigravitationswirkung. Ähm, ich habe das auf einem Vortrag erzählt, ich schicke dir das auch noch. Weißt du, wer das weiß, wer dir das sagen kann? Du hast, also ich wurde gestern von, von, von Wolfgang drauf angesprochen, wer das ist, der diese Untersuchung gemacht hat, mit den Bienenwaben. Ich habe das nämlich auf einem Vortrag erzählt, und dann kam der, ähm, äh, Frank Neugebauer, Neubauer, äh, kam auf mich zu, und sagt, es gibt in Russland einen Professor, der forscht da gerade, und hat festgestellt, dass Bienenwaben Antigravitationswirken haben. Von dem kannst du, kannst du den kriegen. Abelico. Wie? Abelico. Ah, wüsste? Da habe ich ja die Übersetzung aus dem Englischen gemacht, also, das ist, zunächst mal aus dem Russischen ins Englische übersetzt worden, aber ich habe das Englische auch getrunken. Auf jeden Fall hat, also das war eine Information von Ihnen, ich freue mich natürlich, wenn dann der Frank auf mich zukommt, und sagt, es gibt in Russland längst einen Professor, der das untersucht. Und, bitte? Ah, okay. Eben, ja. Ja, auf jeden Fall, diese, äh, äh, unsere Geschichten von den fliegenden Teppichen, die beruhen da drauf. Das Ding ist nämlich, wird leicht elastisch, und ist wie so ein fliegender Teppich, letztendlich. Ähm, das berührt auch nicht den Boden, und da, äh, Alf sagt, da ist vorne so eine Kugel drauf, und die, die steuern die mit den Gedanken, dann. Und, ähm, die schaufeln dann den Kies da drauf, und lassen das Ding ganz langsam die Wege entlang fliegen, und, ähm, die Kinder laufen dahinter, die haben da Spaß dran, und, äh, machen das runter. Und die, die Erwachsenen gehen hinterher und trampeln das ein. Das ist, äh, bei denen Wege aufkiesen. Und in der Zwischenzeit bereiten die Frauen im Dorf ein Fest vor. Also, das sind so, es ist eine ganz andere Art, an Dinge anzugehen, als so bei uns dieses, dieses ernsthafte, wir müssen. Ja, weil es wahrscheinlich, es gibt keine Krankheit, es gibt kein Karma, kein Schicksal, das ist eine andere Art. Naja, also, wo das jetzt gerade kommt, bleiben wir bei dem Thema Karma. Ähm, es gibt immer so was, wie Karma, aber wirklich, in Wirklichkeit gibt es kein Karma. Es ist, es ist völlig anders, als wir uns das vorstellen, ja, uns wurde das Karma auch eingeredet. Ähm, wir haben, ja, ähm, feinstoffliche Körper um uns. Und, ähm, zwei davon, die haben ganz stark, halt mit unseren Inkarnationen zu tun. Das erste ist das Astralfeld, und das zweite ist das Kausalfeld. Das Astralfeld, äh, entspricht unserer Persönlichkeit. Da wird das, das ist neu, wenn wir geboren werden, und in der Regel jedenfalls. Man bringt aber die alten Sachen ja doch mit. Nee, 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 das Astralfeld ist ganz neu. Es ist wie so eine unbeschriebene Festplatte. Ja? Und jeder, alles, was man von Geburt an denkt, tut, was einem widerfährt, und so weiter, alles, ist darauf gespeichert. Und, ähm, so wie das, ähm, Astralfeld zu unserem Lebensende aussieht, ja, wie, wie das bespeichert ist, entscheidet das für über unsere nächste Inkarnation. Das ist eigentlich ganz einfach. Und nach unserem Ableben, also das sind Sachen, die weiß ich jetzt von Alf, nachdem Alf gestorben ist, hatte ich bis vor vier Wochen, ähm, telepathischen Kontakt zu ihm, und er hat mir all diese, also, nein, das mit dem Astralfeld, das sind schon Informationen von innerer Erde. Aber, ähm, andere Dinge darüber hinaus, habe ich dann von Alf bekommen. Aber, ähm, dieses, dieses Astralfeld, ähm, der Inhalt dieses Astralfeldes, geht nach dem Tod über in unser Kausalfeld. Und, das, da bleibt es, das ist der Endlos, der endgültige Speicher. Das sind also, der übergeordnete, ne? Ja, der übergeordnete, das sind alle unsere Inkarnationen drin gespeichert. Und, ähm, es gibt zwei, es gibt eine Möglichkeit, dass wir sagen, ähm, ähm, fange ich mal anders an. Also, Alf wurde im Laufe seiner Zeit in dem, in dem Mola-Orden mal gefragt, ob er sich taufen lassen will. Und da hat Alf sofort so gemacht, bloß nicht, ja? Taufen, um Gottes Willen. Dann haben die gesagt, wir meinen nicht das, wir meinen eine andere Art von Taufe. Ähm, Jesus hat sich auch taufen lassen. Und, ähm, das, ähm, ist so, die, und die Menschen, früher, als die Menschen noch mit Gott direkt verbunden waren, ähm, da gab es, gibt es halt die Zeit, wo Kinder, ähm, zum Erwachsenen werden, ja? Und, ähm, die haben in der Zeit sich einen, einen Mentor ausgesucht, für den, wen will das heute bezeichnen? Also irgendein Mensch, es kann ein Elternteil gewesen sein, oder irgendein Verwandter, es kann aber auch irgendjemand anders aus dem Dorf gewesen sein, den haben die sich ausgesucht und der hat die so ans Leben herangeführt und hat bei ihnen, ähm, auch alles Mögliche gezeigt, auch wie sie mit ihren Chakren umgehen, wie sie, wie sie sich öffnen können, auch fürs Akascha-Feld, für, ähm, wie sie ins Morpho-Feld kommen, all diese Dinge, und, also die haben so eine, quasi so eine, eine ans Leben heran für Lehre gemacht bei denen. Und das wurde abgeschlossen, also zum Schluss, mit einer symbolischen Taufe. Ja? Und, ähm, der Täufer, er war früher, äh, immer der Johannes. Das war kein Name ursprünglich, sondern Johannes war der Täufer. Egal ob das eine Frau war, oder ein Mann, das war, also, man sagt dann, das ist mein Johannes. Ja? Wir, bei uns ist heute davon übrig geblieben, der Pate. Ja? Aber, ähm, das ist nur noch ein Abklatsch von dem, was es ursprünglich mal war. Und das hat Alf mitgemacht, und ihm wurde dann auch gesagt, wer das durchgemacht hat, so diese Lehre, quasi, der, ähm, ist auch in der Lage, zum Lebensende zu sagen, wenn er bewusst übergeht ins nächste Leben, also bewusst stirbt, ist auch in der Lage zu sagen, ich nehme meine Persönlichkeit mit, ich finde meine Persönlichkeit derzeit so gut, und ich will darauf aufbauen. Das heißt, ähm, ich könnte also mich entscheiden, im nächsten Leben zu sagen, ich werde wieder, wieder die, die ich jetzt bin, und baue darauf auf. Das funktioniert. Wenn man bewusst übergeht, dann löst sich das Astralfeld nicht auf. beim Alpha, so, Alf hat das ja alles gewusst, er hatte sich, in der Zeit seines Lebens entschieden, er will auf Achille inkarnieren, neu, er will also nicht mehr hier auf der Erde inkarnieren, und, ähm, aber er will mit neuer Persönlichkeit anfangen, er will sucht ne ganz neue Chance, und dann ist, dann muss das Astralfeld aufgelöst werden, dann gibt's ein Neues, dann entsteht ein Neues. Deswegen, das ist also immer nur das Astralfeld, entspricht immer der Persönlichkeit. Hab ich das richtig verstanden, er hat wohl zu innerer Erde neu inkarniert? Ne, auf Achille. Also, das ist der Planet, wo dieses Pärchen von war. Er hat da, er hat, seine meisten Kontakte hat er mit Mara und Ylyr gehabt, und, ähm, die kamen von diesem Planeten Achille, die leben aber wie innerer Erde letztendlich, und, ähm, er war auch mal da, mit dem Raumschiff, und, ähm, das hat ihm so, so gefallen, dass er gesagt hat, ich inkarniere da. Das geht natürlich nur dann, wenn man auch bewusstseinsmäßig das, das packt. Ja, also ich kann nicht sagen, ich, ich inkarniere jetzt dort und dort, wenn ich gar nicht, wenn ich, wenn ich, ähm, die Schwingung dort gar nicht aushalte. Wo liegt dieser Planet? Ähm, im Epsilon-Iridani-System. Mehr weiß ich nicht. Also, das war Information von Alf. Von der Örtlichkeit her, wie ist denn das mit dem Riesending da bei Berchtesgaden? Da gab es ja auch die Situation, dass dieser Wissenschaftler, gibt ein Buch davon, der seine Tochter mitgenommen hat, und ist an diesen Platz gegangen, wo die Leute auch verschwunden sind. Und es ist an seiner Tochter passiert. Die war ja spurlos vor seinen Augen. Am Untersberg. Am Untersberg. Ja, da gibt es solche Zeitphänomene. Aber, äh, wie, wie die funktionieren, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Aber die gibt es. Also diese Zeitphänomene gibt es am Untersberg. Und ein bestimmter Ort ist auch Damanruhe, in Italien. Das kann sein, ja. Aber es gibt verschiedene Stellen. Also auch zum Beispiel der Eas Rock ist so ein Berg. Also, die gibt es. Aber, ähm, Innerer hat zum Eif gesagt, wir sollen da nicht leichtfertig mit umgehen, weil es kann passieren, dass man teleportiert auf einen anderen Planeten. Und dort nicht mal Luft ist, zum Atmen. Also, man muss wissen, was man tut, wenn man tut. Das ist ja in Damanruhe, ich war dort. Ja. Da gibt es Teleportation. Ja, die gibt es überall. Wir wissen es nur nicht. Also es gibt, zum Beispiel ist die ganze Steiermark unterhüllt, mit, 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 ähm, künstlich geschlagenen, äh, Höhlen, die uralt sind, wo unsere heutigen, also, ich kenne den, ich kenne den Archäologen sehr gut, der das untersucht, und der sagte mir, dass, die sind uralt, das kann er beweisen, aber, da haben wir heute nicht mal die, dass die Mittel, um die überhaupt, zu machen. Ja, 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 und, ähm, da gibt es, da gibt es, äh, ähm, Wege, die, also, solche Höhlenwege, die teleportieren auch. Also das gibt es überall. Alf hat halt diese Blase als Wege damals benutzt. Zu der Verständigung, kümmern die Katze. Wie, wie, kannst du da auch noch was erzählen? Ja, kann ich, äh, also, ähm, die, die innerirdischen, also die Homo sapiens, die innerirdisch sprechen, eine urwedische Sprache, die ist aber unserem Althochdeutsch und dem Altsibirisch sehr ähnlich. Äh, auch das Sanskrit ist nicht weit davon entfernt. Und, ähm, wenn die dann, weil bei den, bei den Menschen, wo, wo Gefühle, Worte und das, und Gestik übereinstimmen, dann, auch wenn Alf Althochdeutsch nicht sprach, wir kennen ganz viele Worte davon nicht mehr, aber er konnte es verstehen, weil das übereinstimmte, dann nimmst du das einfach auf. Ja? Ähm, mit den, mit den Reptus war es schwieriger, da hat er ein Übersetzer gehabt. Einfach so ein Gerät, das hat er sich hinter das Ohr geklemmt und, äh, das hat übersetzt. Die Reptus sprechen nämlich sehr zischelnd. Und das hat er nicht verstanden. Und auch mit den Außerirdischen, mit denen er dort gesprochen hat, hat er natürlich einen Übersetzer gehabt. Christa, gibt es denn eine Zeitzahl, wenn die im Inneren entgegangen sind, die Reptus? Gibt es das für eine Zeitzahl? Äh, ja, das muss vor, vor 6.000 Jahren etwa gewesen sein. nee, nee. Ja. Glaubst du, also ich, ich, ich glaube, also die, sagen wir mal so, die, Alf hat die Zahlen, die, vielleicht steht es sogar in einem der Bücher, ich meine, ich habe es sogar irgendwo abgetippt, wann es war, wie lange es war, aber, äh, ich merke mir keine Zahlen. Zahlen sind für mich unwichtig, was so sowas anbetrifft. Deswegen kann ich das jetzt so nicht sagen. Ich glaube, in einem der Bücher steht es sogar drin. Wie geht das? Ja. Ein ganz wichtiges Thema ist, wie gehen die mit ihren Kindern um? Also, nein, ja, doch, fangen wir mit den Kindern an. Es wird, ich werde oft gefragt, gibt es da Schulen? Nein, gibt es nicht. Nicht so in dem Sinne, wie wir Schulen kennen. Die Kinder sind unglaublich selbstständig, die machen alles, selber. Die entscheiden sich, ähm, irgendwas zu tun, und die tun das dann, und dann holen die sich Rat. Also, Alf, ich, ich, ich bringe immer ein, gerne ein Beispiel, was Alf mal gebracht hat. Er kam nach Hause und sagte, heute habe ich erlebt, was Schule sein kann. und er sagte, er sah da halt eine Gruppe Kinder an so einem See sitzen, die hatten, die hatten da, die haben da was gezeichnet, und dann hatte die gefragt, was macht ihr da? Und dann haben die gesagt, wir zeichnen ein Segelboot, wir wollen ein Segelboot bauen. und, ähm, letztendlich haben die erst mal nur so, so ihre Vorstellungen gezeichnet, und dann wird das, was sich am besten um, umsetzen lässt, da holen die sich natürlich Expertenrat ein, wird genommen, das Modell, und das bauen die dann. Es gibt, ähm, eine, eine, ein Mensch im Dorf, also Mann oder Frau, egal, der sich, der sich für das, was wir als Schule bezeichnen würden, ähm, verantwortlich fühlt, das ist aber nur ein Berater, oder eine Beraterin. Also es gibt im Dorfgemeinschaftshaus zwei Räume, die den Kindern vorbehalten sind, da lagern die ihre Sachen, oder, äh, normalerweise sind die fast nur draußen, aber, ähm, wenn es mal ganz schlimmes Wetterimpfverhältnisse sind, gehen die dann auch da rein, ähm, aber die haben wirklich nur beratende Funktionen, oder wenn es mal irgendwo Probleme gibt, dann, ähm, versuchen die zu helfen. Also jetzt, um zu dem Beispiel Segelboot zurückzukommen, es war dann so, die, er hat dann mit dieser Ansprechpartnerin von dieser Schule gesprochen, die sagte zu ihm, ja, das ist ganz einfach, wenn die jetzt, da waren also Kinder von ganz groß bis ganz klein zusammen in der Gruppe, jeder machte das, was er halt gerade kann, und die sagte, wenn die Kinder jetzt das Segelboot bauen, die müssen die Mathematik dafür lernen, die müssen die Physik dafür lernen, die, 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 die müssen lernen, welches Holz nehme ich dafür, ähm, wie bearbeite ich das Holz, wann schlage ich das Holz, alles das, die machen das alles selber, ja, die lernen, die müssen lernen, welches, aus welchem Material kann ich ein Segel herstellen, wie webe ich das Segel, und später müssen sie natürlich auch lernen, wie segel ich überhaupt, oder auch Wetterkunde, alles das gehört dazu, und die lernen unglaublich viel, bei diesem Projekt, wir bauen ein Segelboot, und haben dabei ganz, ganz viel Freude, ähm, bei uns ist es so, wenn wir was gelernt haben, bei mir jedenfalls, ich habe für die nächste Arbeit gelernt, habe gebraucht, dann konnte ich das vergessen, und, ähm, das, ich weiß ganz vieles nicht mehr, was ich früher in der Schule gelernt habe, was ich wusste, aber wenn man so lernt, wenn diese Gefühle dabei sind, dann speichern wir das ab, weil das vergessen wir nie mehr, und dadurch lernen die viel, viel mehr als unsere Kinder, sich überhaupt träumen lassen können, und haben Spaß dabei, es kann auch vorkommen, dass ein Kind, zum Beispiel, ähm, sich anfängt für Käfer zu interessieren, und dann, äh, sagen die Eltern, naja, beobachte die Käfer doch mal, schreib mal einfach alles an, drauf, was du siehst, wie, wovon, was die fressen, äh, was die machen, wo die leben, und, und so weiter, und so fort, und, ähm, das machen, und dann, dann sagen die, und dann hältst du mal vor, in unserem, in unserem Dorfgemeinschaftshaus, darüber einen Vortrag, das machen kleine, sechsjährige Kinder, dort unten, die haben da auch keine Hemmungen, die stellen sich da hin, und erzählen, was sie entdeckt haben, und, also, man, man, man behandelt die Kinder auf gleicher Augenhöhe, und stellt wirklich Fragen, die Verständnisfragen, und wenn das Kind das nicht weiß, dann sagt es einfach, ähm, das habe ich noch nicht überprüft, da gucke ich dann beim nächsten Mal, ne, das ist, also, es ist alles völlig anders, als wir uns Schule vorstellen, ja. Ja, es gibt in Bussland, die Schemzinschule, die auch so, äh, ja, es gibt bei uns heute, so die ersten Ansätze, für so eine Schule, und das finde ich wunderbar, also, wir brauchen ganz dringend solche Schulen, unsere anderen Schulen, macht die Kinder kaputt. die kommen auch, die Vertreter nach Deutschland, um, äh, das auch hier in Deutschland, äh, äh, zu erzählen, wie das funktioniert, damit andere, wenn da sind, für Menschen, die noch ein Leben bilden, ja, in Österreich gibt es jetzt auch die Leihsschulen, ja, die Leihsschulen, Ja, also es gibt, äh, äh, viele Anregungen, aber, ähm, unser Schulsystem ist noch so rigide, dass die ein bestimmtes, äh, Klassenziel erreichen müssen, und, äh, das heißt, sie müssen trotzdem pauchen, auch wenn sie, wenn sie alles versuchen, anders zu machen. Da sind wir noch weit von entfernt. Sehr weit. Ja. Ja. Es gab solche Änderungen, die hier draußen, die sorgen, ähm, schreibt man nicht so oft, krank wie möglich, und gibt es zu Fachleuten, ja, überall Kraft, damit es eine neue Entwicklung gibt, also dieses Schulsystem. Ja, also mein, mein Sohn, mein Sohn hat ja auch zwei Kinder, und, ähm, der hat, ähm, der überlegt jetzt, ob er selbst, er ist, ähm, Sozialpädagoge, und der überlegt auch, ob er selber eine Schule bei uns macht, weil er seinen Kindern keine normalen Schule gibt. will, der hat noch Zeit, der ist erst drei, der Älteste, aber er will sein Kind in keine normalen Schule gehen, er will eine Waldschule machen. Und, ähm, aber er sucht jetzt gerade Eltern, und das ist gerade da oben, wo wir wohnen, nicht so einfach, in so einem kleinen Dorf. Da ist halt, äh, dann geht das nur, wenn man das als Privatschule macht, und das ist dann, dann muss man sehr viel Geld, man muss ja dann alles selber zahlen, Herat es selber zahlen. Wie groß ist das Dorf? 700 Einwohner. Das geht doch schon. Naja, da muss man ja die entsprechenden Eltern aufziehen. Das ist nicht so einfach. Ja? Es ist da, in der Erde, bewohnt jeder sein eigenes Haus. Ja. Und wie viele Häuser bilden ein Dorf? Oh, das steht nicht, das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Also, die, ähm, es ist so, dass sie sagen, jeden Menschen steht von Geburt an ein Stück Land zu, und, äh, wo er leben kann. Und das Haus baut das Dorf gemeinsam, also aus Naturmaterialien. Im Unterschied ist ja größer, oder jedem steht ein Land von einem Hektar zu? Ja, einem, etwa einem Hektar. Also, Sie können sich nicht vorstellen, äh, wie, wie wir in einer Schuhschachtel zu wohnen, so übereinander. Das sagen Sie immer. Ja? Ja? Ich wollte noch zu den Filmen von Kunde noch sagen, also, also, der FNW-Erkunft, nein, ich denke auch, sich in den Schuhschachtel zu den, die machen. Halt so ein bisschen laut, lauter hier. Also, ich meine, das ist in der Eifel, das ist in der Eifel, und das ist auch fast da auch ganz gut. Ähm, da beginnt, eine Gruppe, eine neue Schule zu bilden, wir haben das erst über einen Verein leitet. Also, um sich irgendwie mal erst ins Leben zu holen, geht das erst mal über, äh, über einen, den man einen Verein anwendet und bildet, damit man auch irgendwie sich hier manifestiert, manifestieren darf. Ja, ja, natürlich, anders geht das gar nicht. Und Waldkindergarten hat sich jetzt auch letzte Woche bei uns, äh, 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 aktiviert, dieses Projekt, und, äh, auch alles geht das nur über die Eltern. Ja, ja, ja. Und die Eltern bestimmen mit den leitenden Personen, die also dann die, die Koordination machen, wie es abläuft. Also, die leben also den ganzen Tag in einem Wald, nach dem Wald, und haben einen Wagen, wo sie dann sich vor ihm ziehen können, wenn es also regnet, oder bestimmte Dinge vielleicht getan werden müssen. Also, die Menschen fangen schon an, auch wirklich, äh, sich zu bewegen. Ja. Altur, die Widerstände sind natürlich sehr groß. Ja, ähm, dazu wurde dem Alf, weil Alf immer wieder auch darauf hinwies, dass es bei uns so schwer ist, ja, dann haben, da wurde ihm gesagt, ähm, ihr müsst unberechenbar werden. Ja, also, das System kennt nur Berechenbares. Also, was man vorausbrechen kann, und das reagiert auch nur auf Berechenbares. Wenn wir unberechenbar werden, kreativ mit unseren Ideen, ja, dann, dann, ähm, überrumpeln wir auf eine gewisse Weise das System. Ja, so kann ja auch nur die Veränderung auch im, im Ganzen gehen, auch politisch, wenn man ja noch politisch überhaupt nachher sagt, es geht ja nur über dieses Unberechenbare, dass man Wege auftut, die, ähm, die man nicht, äh, berechnen kann, ja, das sind ja die Zugänger, die neuen Zugänger. Ja, also ich persönlich habe ganz oft gehört zu wählen, ich unterstütze das System gar nicht mehr. Ja? Gibt es, oder kannst du mir, oder uns etwas sagen, gibt es so etwas wie Überbevölkerung, oder was, was uns so erzählt wird, es ist eben viel zu viele Menschen so gerade, also, wenn wir, wenn wir, es wird ja immer behauptet, ähm, dass, dass wir so diese, diese Großfelderwirtschaft brauchen, um die ganzen Menschen zu ernähren, wenn die Menschen sich aus der Natur ernähren würden, könnten wir theoretisch viel mehr Menschen tragen, aber, ähm, es ist, wir sind zu viel, es ist nicht gut für einen Planeten, ja, aber die Menschen in der Erde, äh, sind anders, die, ähm, entscheiden sich bewusst für ein Kind, und kriegen keine zufälligen Kinder. Das, das passiert dann nicht. Die, ähm, ja, das gibt es einfach nicht, dass ein zufälliges Kind entsteht, und, ähm, wenn, es gibt dort sicherlich auch Familien, die mehr Kinder haben, und es gibt Familien, die nur ein Kind haben, oder so, aber es gibt keine Überbevölkerung, und, ähm, die halten das auch, ähm, im Rahmen. Aber, ich, äh, möchte da auf ein ganz anderes Thema mal hinkommen, ja. Ähm, Alf, ähm, hat mal ein Erlebnis gehabt, da wurde ihm gesagt, ähm, du hast gleich eine ganz besondere Begegnung, schau mal, ähm, dort auf die Bank, wo deine Jacke liegt, da lag, hat er seine Jacke auf die Bank gelegt, und, ähm, er sah, dass dort so eine, so eine Kugel entstand, und er sagt, das war, wir sagen Obst dazu, ja, und diese Kugel wurde immer größer und größer und größer, sie wurde menschengroß, und dann stand plötzlich ein menschliches Wesen vor ihm, und sagte ihm, also, er sei ein Seraphim, und, ähm, wir bezeichnen die Seraphim als gotteshöchste Engel, dieser, er hatte öfter diese Begegnung danach mit Seraphim, oder sie sagen auch von sich teilweise Seraphim, ähm, dieser Seraphim sagt zu Alf, ihr seid so selbstvergessen, ihr wisst gar nicht mehr, wozu ihr hier seid, er soll mal rumfragen, wie viele Menschen überhaupt wissen, warum sie hier sind, und das sind die allerwenigsten, ähm, er sagte zu Alf, ihr wärt in der Lage, als Menschen, euch im Universum, einen kalten Planeten auszusuchen, ja, also der unbelebt ist, da gibt es unendlich viele, unendlich viele, und diesen Planeten, ähm, zu gestalten, dass dort Leben entsteht, also wir wären in der Lage, über das, über das morphische Feld, was, oder über die morphischen Felder, die dort um den Planeten herum sind, ähm, mit unserer Fantasie, mit unserer Vorstellungskraft, dort, äh, Pflanzen, Tiere, entstehen zu lassen, äh, also Atmosphäre, alles das, was es braucht, damit dort Menschen leben können, und ihr könntet den dann besiedeln, wir wären in der Lage, ein riesen Universum zu besiedeln, das heißt, es muss keine Überbevölkerung auf einem Planeten geben, und dann dort zu inkarnieren, also sich selbst, den Planeten vorzubereiten, um dort wieder zu inkarnieren, und das machen Menschen an der Erde, wir haben das völlig vergessen, wozu wir überhaupt in der Lage sind, wir, also, ähm, dieser Seraphim sagte, zu all uns wird eingeredet, sie sind, stehen so weit über uns, ja, wir sind die Kleinen, ja, und er sagte, äh, letztendlich, arbeiten wir alle an der Idee Mensch, ähm, das heißt, wir hier im materiellen Bereich, und sie im, im geistigen Bereich, sind Geistwesen, und sie sind dazu da, um uns dabei zu unterstützen, wenn wir, also es sind Feuerwesen, sie schaffen Sonnen, also sie stoßen Wirbel an, würde ich mal sagen, ja, sie wäre, also, ähm, wenn wir, das wollen, wenn wir so ein, Planeten beleben wollen, könnten wir zu den Seraphim sagen, schafft dort eine Sonne, dann tun die das, oder eine innere Sonne, wenn das ein Planet ist, der schon um eine Sonne sich dreht, wir wären dazu in der Lage, nur wir haben überhaupt keine Ahnung mehr, was wir machen, oder was wir tun, wir sind so, wir haben uns so klein machen lassen, dass wir, ähm, überhaupt nicht mehr wissen, wozu wir hier sind, dieser, dieser Engel sagt, ihr seid in die Materie gegangen, um Gottes Schöpfung dort weiterzuführen, um das, was euch an Material zur Verfügung gestellt wird, daraus alles zu schöpfen, alles zu gestalten, davon sind wir so weit weg, ähm, und ich kann dazu noch eine andere Sache sagen, mein Sohn fragte mich mal, da war er so knapp über 20, äh, Mama, was können wir überhaupt in der Materie, was Geist innerhalb der Materie nicht könnte, wozu gibt es denn Menschen, so quasi, ja, habe ich damals nicht beantworten können, ich habe mich dann abends ins Bett gelegt, das mache ich immer, wenn solche Fragen auftauchen, und, ähm, habe mich darauf konzentriert, und dann kamen mir Bilder, ganz viele Bilder, ich bekam Bilder von, von einem Kind, was juchzend auf einem Schlitten den, den Berg runterfährt im Winter, ich bekam Bilder von Menschen, die, ähm, an einem heißen Sommertag mit Begeisterung in einen kalten Bergsee sprangen, ich bekam Bilder von, ähm, einem, ein paar, die gerade ein Kind bekommen haben, ja, und ganz viele solche Bilder, und, ähm, bekam dann die Information, die Gefühle sind, also das Genießen, eigentlich sind wir hier, um diese Schöpfung zu genießen, die uns hier zur Verfügung gestellt wird, da sind wir weit voneinander entfernt, und wir geben diese Gefühle weiter, in die geistigen Ebenen, ja, und, ähm, was geben wir für Gefühle, was geben wir für Gefühle weiter, Angst, Neid, Hass, und so weiter, und nicht das, was wir eigentlich, hier, wofür wir hier sind, fürs zum Genießen, wir sind ganz, ganz weit davon entfernt.